Musik 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 Schalom Aleichem Ich bin Ruchl Schechter Und ich bin Yves Jochenowicz Seid bei Grieße in unser Kochprogramm Esgesinnteheit Wir wollen nach Hand weisen Wir sollten zwei Minim Zimmis machen Die sind nicht so süß Man wird dann ein fleischiger Und ich will machen ein stottischer raffinierter Parabit Zimmis Gut? Wir wollen in unser fleischiger Zimmis Barmäufen Denn wir dürfen zuerst prägen das Fleisch in der Zimmelis Jetzt lassen wir sie gehen mit der Zimmelis und sehen was wir dürfen hier Die Zimmelis Die Zimmelis Die Zimmelis Die Zimmelis Wir wollen dann ein Löffel Kanolabäume Lassen es sich unwärmen Auf der hohen Flamme Die Zimmelis Die Zimmelis Die Zimmelis Die Zimmelis Die Zimmelis und riecht es da drin, damit es sich nicht zu kleben, zum Topf Nun, es kocht es schon 1.5 Minuten, lassen wir es überdrehen auf die 2. Säge und seht, es dreht sich schon zu und lassen wir kochen, ein bisschen weniger, ein bisschen in 3 Minuten Jetzt sind es gekocht schon auf beiden Sägen, nehmen wir alles das Fleisch, damit es auch rein in der Tat und dann haben wir jetzt zwei Größe zerschnittene Sibylis, das ihr geht prägelnd und im Saus von dem Fleisch über ein mittelnden Feier und jetzt ein Hils in den Löffel, wir sollten es auch nicht zu kratzen im Topf Wenn die Sibylis wird schon durchsichtig, auch in 5 Minuten Jetzt könnt ihr auch anziehen, die Meierlach, das ist 1 und 1,5 Bind zerschnittene Meierlach, 3 Stücke und 1 und 1,5 Bind Patates zerschnitten Und noch 3 Viertel Teppel gezwickte Flammen und 3 Viertel Teppel gezwickte Aprikossen Ihr seht, im Ganzen ist kein Zicker, kein Honig, aber das wird dann sehr süß und sehr bacampig Und so, das Fleisch, das Neubi und erdeckte die ganze Sache mit Wasser Macht Platz für das Fleisch in ein wenig Entdeckte sie Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch anziehen, ein bisschen Salz Ich will auch anziehen, ein bisschen Salz und halb Löffel Jetzt zieht sie, dann lasst das Meierlach Zuerst soll sich sie sieden und wenn ihr sie sieht, wird das Meierlach ernährt, 15 Minuten Dann müsst ihr euch einfach anstellen Jetzt halt, wollen wir machen ein ziemliches mit Meierlach und Flammen Was ist gewürzt mit Chilipfeffer und Loberblätter Drei Loberblätter, ob sie es einen kleinen oder zwei Loberblätter Die Meierlach und Flammen wollen wir abkochen in Tee, das wird ein sehr Geschmack Meierlach Meierlach könnte zu schneiden oder in Rendlach oder in Ovalen Alle achsen dick Ich habe lieb zu machen Ovalen, weil die Flammen sind schön ovalen Weil die Meierlach und Flammen äußern sehr schön zusammen Meierlach sind sehr maßeldig Verrasche Schöne Sie sind Gold Und das Wort Meierlach Am Ende, als wir wett haben Merze Schem Meer Das ist ein Pfund Meierlach Das ist ein Pfund Meierlach Anniere ich zwei und eine halb Teppel Meierlach Und zudem habe ich 9 Unzen Flammen Anniere ich anderthalb Teppel Flammen Weil die Flammenwellen wären größer, wenn sie kochen Jetzt gehe ich sie zum Oven Die Zibylis habe ich schon früher zerschnitten und geprägelt Ab 15 Minuten sind sie schon dunkelgold Jetzt geht sie die zerschnittene Meierlach Mache ein bisschen heißer dem Flammen Prägelt sie ab ein bisschen Bis die Zibylis werden bräun Und die Meierlach Sie bräunen sich ein bisschen Es hat sich schön geprägelt ab 15 Minuten Und jetzt gibt es sie A scharfe Pfeffer Die Lobeerblätter Und die geteckente Flammen Die Zibylis sind schon dunkelbräun Und die Meierlach Zerbräunen sich ein bisschen Gießt ein Tee Ein ehrlich zwei Teppel Tee Geniet zuzudocken Jetzt zieh ein Löffel Salz Deck ist sie Und kocht bis die Meieren werden weich A nehrlich 10-15 Minuten Nehmt sie auf das Deckel Und kocht es noch Auf 15 Minuten Die Saftsoff werden gedächter Man sagt auf jeden Gedächt wie ein Zimis Und zum Saft Gibt sie die Stickerlimmene Noch auf ein paar Minuten Sie sollen sich unwarnen Die Zimis Wir haben erst gekocht Die Zimis Für 20 Minuten Bis die Meierl und die Patates sind geboren Ein bisschen weich Dennoch stellen wir in den Weifen auf 43 Grad Stellen wir an den Zimis Deck sie ziehen Und lasst es sich kochen Ein Schuh und ein halb Bis zwei Schuh Bis das Wasser geht aus Und der Meierlach und die Patates sind in den ganzen Weich Zwischen zwei Schuh Was er kocht sich in Reifen Ich gehe jetzt da raus nehmen Mit dem Topf Es schmeckt wie es geht Es hat hier A palaver Zimis A fleischigen Zimis Wenn Zimis meint doch eine Sache Sachen Jetzt wird versteht es Verwass A Zimis Is a Moschel Was ist wunderlich süß und Geschmack Wegen Geschmack Man kochen Sagt man Es ist same Zimis A viele wenn es nicht Zimis Und wegen A Moschel Was ist wunderlich schön Sagt man A Moschel Wie ein Zimis Und benutzt es euch ein bisschen sarkastisch Wenn die Mama Sagt zu der Tochter Was machst du als ein Zimis Deffen Das euch Ist mir hoffen A sie hat eine Uhr gehört Für unser Kochprogramm Wie soll es auch zu lernen in zwei Minen Zimis Trieft es euch machen in der Heim in Hotanua Es ist in der Heim Es ist in der Heim Moshana Teube Teil der Heim In 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 Musik Musik